Hey Leute, wir sind Williams Orbit und gemeinsam mit euch haben wir einiges vor. Wir haben uns innerhalb der letzten zwei Jahre intensiv mit Musik beschäftigt. Wir haben tausende Kilometer runtergerissen, wir haben Auftritte absolviert, über 100, innerhalb ganz Deutschlands. Wir haben Videos produziert, wir haben eine EP im letzten Jahr rausgebracht mit dem Namen Eurydice und wurden mit dem bayerischen Musiklöwen als beste Newcomer-Band Bayerns ausgezeichnet. Und jetzt wollen wir unser erstes Album rausbringen und dafür brauchen wir euch. In den letzten Monaten haben wir viele neue Songs geschrieben, sind einige Male nach Berlin gefahren um sie da mit unserem Produzenten Tobias Siebert aufzunehmen und am Ende haben wir das Ganze dann bei Kai Blankenberg in Düsseldorf im Mastering veredeln lassen. Bis zu dem Punkt haben wir dieses ganze Projekt selbst gestemmt und jetzt wollen wir das Ganze fett rausbringen und dazu brauchen wir Unterstützung. Ja, was meinen wir eigentlich genau damit? Für das Pressen der CDs und der Vinyl, für Sachen wie Promotion, Vermarktung, für die Abgaben an die GEMA, fürs Artwork, für Videos, die wir planen, brauchen wir einfach mindestens 10.000 Euro und wir glauben, dass die Platte des Wertes ist. Das Ding ist, wir wollen nicht einfach euer Geld haben, sondern jeder Beitrag bekommt von uns auch eine Gegenleistung. Zum Beispiel könnt ihr das Album schon mal vorbestellen, dass ihr dann auch vor dem eigentlichen Release-Datum erhalten werdet oder wir kommen bei euch vorbei ins Wohnzimmer und machen ein kleines Unplugged-Konzert oder der Dawn macht ein Abendessen für euch und er kann tatsächlich sehr gut kochen. Und falls diese 10.000 Euro nicht zusammenkommen, ist kein Problem für euch, ihr bekommt euer Geld wieder zurück. Und was aber jedem Unterstützer bleibt, ist, dass ihr im Vorab den Titelsong unseres Albums, Once in a Lifetime, zugeschickt bekommt und das bekommt tatsächlich jeder. Also Leute, wir haben nur diese eine Chance für unser erstes Album. Das Ganze soll grandios werden. Wir haben mega Bock drauf und damit das Ganze weiterläuft, macht mit! Doch geht mir richtig! Tippern! St went! St להיות. Du hast sagst. Untertitelung des ZDF, 2020